Möchtest du in die Astrofotografie oder visuelle Astronomie einsteigen und fragst dich, welches Teleskop wohl am besten zu dir passt? Dann bist du hier genau richtig, denn ich werde dir heute erklären, worauf du beim Kauf deines ersten Teleskops achten musst und welche Teleskope für Astronomie-Neueinsteiger am besten geeignet sind. Mein Name ist Patrick und ihr schaut Deep Cosmos. Seitdem ich diesen YouTube-Kanal betreibe, werde ich immer wieder gefragt, welche Teleskope am besten... Entschuldigung, können Sie mir sagen, welches Teleskop ich mir als Anfänger kaufen kann? Wie sind Sie hier reingekommen? So pauschal lässt sich das aber nicht beantworten. Es gibt sehr viele unterschiedliche Arten von Teleskopen und unterschiedliche Wege, diese einzusetzen. Zuerst müssen also ein paar Dinge geklärt werden. Wofür möchtest du das Teleskop verwenden? Im Prinzip gibt es drei Arten, wie ihr euer Teleskop verwenden könnt. Dazu gehören erstens die visuelle Astronomie. Hierbei schaut man mit bloßem Auge durch einem Teleskop angebrachtes Okular, also eine Art Linse, und beobachtet die astronomischen Objekte quasi live in Echtzeit. Und das ohne eine Kamera zu verwenden. Zweitens gibt es die Planetenfotografie. Wie der Name schon sagt, werden hier die Planeten wie zum Beispiel Jupiter, Saturn und Mars fotografiert. Und dann gibt es natürlich noch die Deep Sky Astrofotografie. Hier werden die atemberaubenden Aufnahmen erstellt, die ihr immer auf Facebook und Instagram sehen könnt, und bei denen ihr euch denkt, Boah, das muss ich auch fotografieren. Und sind wir mal ehrlich, dafür schauen die meisten von euch dieses Video an. Als nächstes kommt es darauf an, wie viel Geld du ausgeben möchtest. Während man visuelle Astronomie noch relativ günstig betreiben kann, die Betonung liegt auf kann, müsst ihr vor allem für die Deep Sky Astrofotografie schon tiefer in die Taschen greifen. Natürlich kommt es auch stark auf eure Ansprüche an. Genügt euch zum Beispiel ein Foto vom Orion-Nebel, das so aussieht und mit einem Budget von 250 Euro gemacht werden kann, für die komplette Ausrüstung wohlgemerkt, oder soll euer Ergebnis lieber diesem hier entsprechen, wofür ihr aber locker die 1000-Euro-Marke knackt? Es ist nicht verkehrt, mit günstiger Ausrüstung in die Astronomie einzusteigen und erst mit der Zeit, nachdem ihr ein wenig Erfahrung mit dem Hobby gesammelt habt, aufzurüsten. Denn wer weiß, vielleicht ist das Hobby ja doch nichts für euch, aber dann habt ihr wenigstens nicht euer ganzes Geld in den Sand gesetzt. Und noch als kleiner Tipp, falls ihr eine Spiegelreflex- oder eine spiegellose Systemkamera mit einem oder mehreren Objektiven habt, könnt ihr diese natürlich auch für den Einstieg in die Astrofotografie nutzen. Denn auch damit lassen sich atemberaubende Aufnahmen vom Weltall erstellen und ihr spart das Geld für ein neues Teleskop, welches ihr zum Beispiel in eine Nachführung investieren könnt. Aber nun zum nächsten Punkt. Welche Arten von Teleskopen gibt es? Grundlegend gibt es zwei Arten von Teleskopen. Einmal die Linsenteleskope und die Spiegelteleskope. Linsenteleskope funktionieren im Prinzip wie Objektive für Kameras. Einfach ausgedrückt bündeln mehrere gekrümmte Glaselemente in der Front des Teleskops das Licht im Brennpunkt und leiten es weiter auf den Sensor der Kamera oder gegebenenfalls in das Okular. Diese Art der Lichtbrechung wird auch Refraktion genannt. Deshalb nennt man diese Teleskope auch Refraktorteleskope. Hier muss man allerdings zwischen zwei Arten von Refraktoren unterscheiden. Am weitesten verbreitet sind zum Beispiel die sogenannten achromatischen Refraktoren, die zwei Glaselemente besitzen. Und es gibt noch die sogenannten apochromatischen Refraktoren, die drei Glaselemente besitzen. Der Vorteil von drei Glaselementen ist es, dass alle Farben des Lichtspektrums auf demselben Brennpunkt gebündelt werden. Somit werden Farbfehler weitestgehend vermieden. Apochromatische Refraktoren, abgekürzt auch Apos, sind daher aber schwerer und auch deutlich teurer in der Herstellung, was sich natürlich im Preis widerspiegelt. Die Vorteile von Refraktoren sind eine kontrastreiche und scharfe Abbildung, die einfache Handhabung, es ist keine Justage notwendig, das Teleskop wird nicht von der Umgebungstemperatur beeinflusst, sie sind leicht zu pflegen und zu reinigen und sie haben eine kompakte Bauweise. Die Nachteile sind, dass Refraktoren mit steigender Größe auch sehr teuer werden. Außerdem sind große Refraktorteleskope schwer und unhandlich. Dazu kommen eventuelle Farbfehler, die aber stark von der Optik und von dem verbauten Glas abhängen. Nun aber zu den Spiegelteleskopen. Spiegelteleskope haben wie der Name schon sagt Spiegel statt Linsen, um das Licht einzufangen. Dabei wird das Licht vom Hauptspiegel, der hinten im Teleskop sitzt, gebündelt und reflektiert. Deshalb nennt man ein Spiegelteleskop auch Reflektor. Es gibt mehrere Arten von Spiegelteleskopen. Um dieses Video aber so einfach und anfängerfreundlich wie möglich zu halten, beschränken wir uns heute auf die zwei bekanntesten Arten von Spiegelteleskopen. Das Newton- und das Dobson-Teleskop. Streng genommen handelt es sich bei den beiden Teleskopen um ein und dieselbe Bauweise. Der einzige wirkliche Unterschied ist, dass das Dobson für visuelle Zwecke optimiert wurde und das Newton sowohl für Astrofotografie als auch für die visuelle Beobachtung verwendet werden kann. Beide Teleskope besitzen einen Haupt- und einen Fangspiegel. Der Hauptspiegel reflektiert das Licht und wirft es auf den Fangspiegel, welcher das Licht wiederum in den Okularauszug umlenkt. Die Vorteile eines Spiegelteleskops sind Sie sind günstiger als Refraktorteleskope, haben große Öffnungen und Brennweiten, vom Gewicht her sind sie leichter im Verhältnis zur Öffnung und der Brennweite und sie produzieren keine Farbfehler. Die Nachteile sind, sie müssen justiert werden. Außerdem haben sie einen geringeren Kontrast als Refraktoren. Sie sind anfällig für Temperaturschwankungen und durch die großen Öffnungen sind sie schmutzanfälliger und schwerer zu reinigen als Refraktoren. Kommen wir nun zu meinen Empfehlungen für die visuelle Astronomie. Wenn ihr nichts weiter tun wollt, als das Weltall mit euren eigenen Augen zu betrachten und euch nicht mit einer Kamera oder desgleichen herumschlagen wollt, dann lautet meine Empfehlung ganz klar, kauft euch ein Dobson. Durch die große Öffnung und das daraus resultierende Lichtsammelvermögen eines Dobsons werdet ihr das Weltall wörtlich mit anderen Augen sehen. Und das Beste daran ist, dass man gute Dobson-Teleskope bereits relativ günstig finden kann. Das Skywatcher Heritage 130P ist beispielsweise ein Super-Teleskop für Einsteiger. Mit 650 mm Brennweite und einem Öffnungsverhältnis von F5 ist es kompakt und einfach zu bedienen. Außerdem kostet es gerade einmal 240 Euro. Für 240 Euro wird euch hier das Tor zum Weltall geöffnet. Falls dieses kleine Dobson-Teleskop eure Interesse geweckt hat, kann ich euch ein Video dazu vom lieben Andreas aka Astrozeugs empfehlen. Der Link dazu wird gerade hier oben eingeblendet. Aber es geht natürlich auch größer. Viel größer. Das Skywatcher Skyliner 10 Zoll Dobson bietet euch beispielsweise eine Öffnung von 200 mm und eine Brennweite von 1200 mm für 500 Euro. Stellt aber sicher, dass ihr in eurer Wohnung genug Stauraum für ein solches Monster habt. Und nun zu meinen Empfehlungen für Planetenfotografie. Wenn ihr die Planeten fotografieren möchtet, benötigt ihr erstmal eins. Ordentlich Brennweite. Denn die Planeten sind zwar extrem hell. Viel heller als zum Beispiel Galaxien oder Nebel. Dafür aber auch viel kleiner. Daher benötigt man für Planeten eine starke Vergrößerung, also mehr Brennweite. Doch auch die Öffnung des Teleskops sollte nicht vernachlässigt werden. Denn je größer die Öffnung, desto mehr Details auf der Oberfläche des Planeten lassen sich auf eurem Foto abbilden. Es ist zwar auch möglich, mit einem kleineren Teleskop mit geringerer Brennweite Fotos von Saturn, Jupiter und Co. zu erstellen, wie dieses Video von mir beweist. Jedoch werdet ihr mit größeren Öffnungen und vor allem mit größeren Brennweiten deutlich bessere Ergebnisse erzielen. Meistens werden hier Schmidt-Cassegrain-Teleskope empfohlen, da sie mit ihren großen Öffnungen und gleichzeitig auch großen Brennweiten das Beste aus beiden Welten liefern. Allerdings sind diese Teleskope nicht wirklich für Anfänger geeignet, da man beim Handhaben solcher Geräte zumindest ein wenig Erfahrung mitbringen sollte, vor allem was das Justieren angeht. Die gute Nachricht ist, ein Dobson-Teleskop, welches ich ja bereits für die visuelle Astronomie empfohlen habe, bietet ebenfalls eine große Öffnung und eine große Brennweite und eignet sich daher ebenfalls hervorragend, um die Planeten festzuhalten. Das bedeutet, ihr könnt hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wenn ihr allerdings etwas Kompakteres wollt, das auch ohne Justage auskommt, dann gibt es auch günstige Refraktorteleskope wie das Omegon AC mit 90 mm Öffnung und 1000 mm Brennweite. Für 319 Euro inklusive EQ2-Montierung ist dieser super für Einsteiger, die die Planeten ablichten wollen, geeignet. Die 90 mm Öffnung sind zwar nicht ganz so groß wie bei einem Dobson, dennoch reicht dies locker aus, um viele Oberflächendetails der Planeten abzubilden. Nun aber der Moment, auf den die meisten von euch wahrscheinlich schon gewartet haben. Meine Empfehlung für die Deep Sky Astrophotografie Nun, welches Teleskop sollte man als Einsteiger in die Deep Sky Astrophotografie kaufen? Einerseits ist diese Frage leicht zu beantworten. Kleine achromatische oder apochromatische Refraktoren sind wohl die beste Wahl für Anfänger, da sie leicht zu bedienen sind und keine Justage erfordern, wie es bei Spiegelteleskopen der Fall ist. Andererseits gibt es gefühlt mehr kleine Refraktoren auf dem Markt als Galaxien im Universum, was eine spezifische Empfehlung für Anfänger natürlich nochmal erschwert. Meine erste Empfehlung ist das Explore Scientific AP 80480 ED. Für 735 Euro bietet dieser kleine Apo alles, was das Herz eines Astrophotografen höher schlagen lässt. Ein dreilinsiges Design, um Farbfehler zu minimieren, ein niedriges Gewicht von nur 2,6 kg und eine hervorragende Abbildungsqualität haben diesem kleinen Teleskop einen Namen in der Astronomie-Szene gemacht. Mit seinen 480 mm Brennweite ist es zudem optimal geeignet, um bekannte Objekte wie den Orionnebel, die Pleiarden oder die Andromeda-Galaxie zu fotografieren. Es vergibt aber auch kleinere Fehler in der Nachführung, die mit größeren Brennweiten zu einem Problem werden könnten. Wie viele meiner treuen Zuschauer wahrscheinlich wissen, habe ich eine lange Zeit mit dem William Optics Cinefstar 61 fotografiert und benutze dieses kleine Teleskop auch heute noch sehr gerne. Allerdings ist dieses von den 550 Euro, für die ich es damals gekauft habe, auf 769 Euro im Preis gestiegen, weshalb das Explore Scientific alleine schon wegen des dreilinsigen Designs hier wohl die bessere Option darstellt. Wem dieser Preis allerdings noch zu hoch ist, dem kann ich das Skywatcher EvoStar 72 ED ans Herz legen. Dieser achromatische Refraktor bringt zwar kleinere Farbfehler mit sich, diese lassen sich aber relativ einfach in der Nachbearbeitung entfernen und für 399 Euro ist dieses Teleskop ein echtes Schnäppchen für den Einstieg in die Astrofotografie. Für Einsteiger mit großen Portemonnaies ist die Skywatcher Esprit-Serie interessant. Diese qualitativ extrem hochwertigen Refraktoren lassen nichts zu wünschen übrig und überzeugen mit hochwertigen Materialien und einer gestochen scharfen Abbildungsqualität, wie ihr sie selten zu Gesicht bekommt. Mann, ich hätte echt gern eins davon. Allerdings sind Teleskope aus der Esprit-Serie nicht gerade günstig und deshalb eher für Enthusiasten als für Anfänger gedacht. Und zu guter Letzt habe ich noch eine Empfehlung für diejenigen, die mehr Brennweite bevorzugen und denen es nichts ausmacht, ein Teleskop justieren zu müssen. Die Rede ist vom Skywatcher Explorer 150 PDS. Dies ist ein Newton-Teleskop, was natürlich bedeutet, dass ihr es vor jeder Benutzung kollimieren müsst. Das bedeutet, die Spiegel müssen genau zueinander ausgerichtet sein. Mit einem geeigneten Justierlaser und ein wenig Übung ist dies bei einem F5 Newton wie diesem normalerweise aber kein Problem. Und die Mühe lohnt sich, denn dafür bekommt ihr 750 mm Brennweite mit einer Öffnung von 150 mm, was bedeutet, dass ihr in kürzerer Zeit noch mehr Licht einfangen könnt. Außerdem kostet das 150 PDS mit 379 Euro verhältnismäßig wenig im Vergleich zu Refraktorteleskopen. Achtet aber darauf, dass eure Montierung ein großflächiges Teleskop wie dieses hier auch bei Wind noch wackelfrei tragen kann. Und das waren sie, meine Empfehlungen für den Einstieg in die Hobbyastronomie. Was haltet ihr von den Teleskopen, die ich in diesem Video vorgestellt habe? Ich muss zugeben, es war nicht einfach, aus all den Teleskopen auf dem Markt eine kleine Anzahl herauszupicken und hier vorzustellen. Gibt es noch ein Teleskop, das ihr gerne im Video gesehen hättet? Oder habt ihr noch Fragen zu einem bestimmten Modell? Dann lasst es mich wissen, indem ihr einen Kommentar unter dem Video hinterlasst. Zum Schluss möchte ich wie immer meinen Unterstützern auf Patreon danken. Pascal, René Mo, Astro Lars, Matthias K., André Moiche, Billoy, K. Klotzki, Nikon777, Joel Schomecker und RM. Ihr seid wirklich spitzenmäßig. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viele klare Nächte. Euer Patrick. Euer Patrick.